Die erste Band, die wir zu Gast haben, heißt Stormseeker und ist aus Düsseldorf und Neues. Sie spielen für uns aus ihrem neuen Album Pirate Scum die Songs Jack und Top The Head Off. Die erste Band, die Bedeutung, ist eine andere Führung. Musik Unser Genre beschreiben wir als Pirate Folk Metal und zwar, weil wir musikalisch gesehen natürlich mit den ganzen Folk Instrumenten im Folk Metal schon sind, aber vom Text her eher nicht. Genau, schöner Metal mit ordentlichen Doodle Instrumenten, aber dann die Thematik ist natürlich eher im piratigen Bereich und deswegen heißt es Pirate Folk Metal. Musik Musik Das ist eigentlich, äh, ein sehr hedonistischer Piratensong, wo es eigentlich nur darum geht, was Jack so gerne macht und, äh, dass er, äh, durch die Weite segelt und, äh, dort viele Abenteuer erlebt und Schätze erbeutet und so weiter und so fort. Musik 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 Pirate Folk Metal Drehleier und Cello mit verzerrten E-Gitarren und Shouts. Gerne mehr davon. Da geht es darum, wenn der Pirat auch mal, äh, eins aufs Maul kriegt, weil er einfach gefasst wurde. Und, äh, dann wird die Menge gefragt, what to do with the pirate scum? Und die Antwort ist, chop the head off. Musik 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 Das war's für heute. 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 Sie bezeichnen ihr Genre selbst als Bewegungsgroove und spielen uns heute zwei eigene Songs vor. Hottentotten und Polo of Pluto. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Let's go. Let's try some kicks. Das war's für heute. 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 Der Kapitän dieser Gruppe, Niklas Dahlheimer. Wow, was für ein Spiel. Ich würde schon fast sagen, Sie sind wie ein Dirigent dieser Mannschaft. Wie bewerten Sie das Spiel? Wie bewerten Sie dieses Spiel? Gut, ich sag immer, hier haben wir einen Jonas Scheler im Tor, der kann die Sache noch so gut beisammenhalten. Wenn die Bläser nicht vorne Druck geben und da wirklich die 100 Prozent abliefern, dann können wir das Ding nicht gewinnen. Das ist allgemein bekannt und ich denke, wir haben das heute ganz gut umgesetzt und wie man sieht, funktioniert. Hat was gebracht. Ja toll. Bei Ihrem letzten Auswärtsspiel in Köln haben Sie sich verletzt. Wie war es denn für Sie, nach so einer langen Zeit wieder zurück zum richtigen Rhythmus zu kommen? Ja, Verletzungen sind natürlich immer problematisch, die werfen einen ein bisschen aus der Bahn. Aber wie sagt man so schön, die Band hat das trotzdem zusammengehalten und hat mich da keine Minute allein gelassen mit der Situation. Und wie man sieht, ich bin zurück, ich bin wieder bei 100 Prozent und bin heiß wieder zu spielen. Okay, jetzt komm. Ja, das ist schon so großartig. Holz, was ich glaube, ich bin komplett nicht vom Niem??? Ja, das ist schon großartig. Boäh, das ist ja auch so großartig. Und wie ich glaube, es bin direkt da, sind doch ganz schön großartig. Musik Musik Niklas Dahlheimer, noch ein abschließendes Statement zur aktuellen Situation in der Groove-Liga Rheinland. Ja gut, ich glaube die Mannschaften untereinander, das ist ein kollegiales Verhältnis, da kann ich mich nicht beklagen. Problematisch sehe ich momentan die Entwicklung, was die Fankultur angeht. Wir haben da vor zehn Jahren noch eine ganz andere Motivation gehabt auf den Tribünen, was das angeht. Ja gut, die Situation mit dem Publikum ist echt problematisch geworden. Wir sehen überhaupt keine Choreos mehr, keine Zaunfahnen, nichts in dieser Richtung. Und da fehlt einfach natürlich der Elan auch. Und der zwölfte Mann fehlt natürlich, wie man das so schön sagt, um 100% auf den Platz zu geben. Weiterhin sind wir noch auf der Suche nach einem Sponsor. Das ist in unserer Liga-Klasse natürlich schwierig, wie Sie sich vorstellen können. Aber wir sind da zuversichtlich. Vielen Dank, Niklas Dahlheimer Rhythmus-Sportgruppe. Viel Erfolg. Und damit gehen wir zurück ins Studio. Vielen Dank, Niklas Dahlheimer Rhythmus-Sportgruppe. Vielen Dank, Niklas Dahlheimer Rhythmus-Sportgruppe. Vielen Dank, Niklas Dahlheimer Rhythmus-Sportgruppe. Das war Music at Studio One 2017. Ich bin Yannick Benavides. Ciao. Ich bin Yannick.